da war ich zu unsicher in der kante ich dachte ich muss ziemlich in der mitte bleiben aber das ist ja blödsinn er surft ja auch in der kante entlang nice oh nein man muss doch ein bisschen nur ein kleines bisschen war uns halten also nochmal ist aber auch irgendwie was war das denn denn für oh alter Dort Wollten die nicht, dass die Musik wieder läuft? Das sind die Veranstalter, okay. Vielleicht mal von Lieders, die nach der Musik gefragt haben. Danke für das Schaumbad, Kumpel. Hey, irgendwann solltest du mir mal sagen, wie du das mit den fliegenden Blasen machst. So unter Kennern der Materie. Okay. Eine Badabon-Rumi-Yacht. Ah, genau. Da ist das Schiff. Das brauchen wir jetzt. Ja. Und die finden wir wo genau? Da. Da war ja was. 25 brauchen wir dafür. Wir haben 30. Geil. Okay, cool. Ich hoffe, der Weg ist geebnet für die. Dann kommen sie hier hoch und dann gehen da hinten hoch, ne? Dauert jetzt glaube ich ein bisschen. Ich glaube, wir können es aber noch nicht reinwerfen, weil das Wasser halt noch nicht wirklich voll ist. und die machen das. Dann, naja, werde ich ja sehen. Werden wir sehen. Ja. 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 Nice. Und ich glaube, jetzt kriegen wir die Schere. Ah, guck an. Ich glaube, jetzt kriegen wir auch die Schere. Schaumbach, also geil. Zum Beispiel. Schaumbach, Alter. Sack. Nur mal locker bleiben. Alles gut. Komm doch vorbei und amüsier dich zur Anwendung mal. Von dem Grießkram. Gar nicht von dem Grießkram. Das ist der, der mit mir redet. Huch. Das ist ja nett. Meine Assistentin meinte, das hätten wir dir zu verdanken. Vielen herzlichen Dank. Die Silberfische haben als persönliche Bierste die Stadtschere zurückgebracht. Sie sollte dem wichtigsten Bürger der Grube gehören. Und das bist du, meine Dane. Dankeschön. Da liegt sie. Nice. Wir haben schon vier von sechs Bauteilen. Mein Grips und deine Fähigkeiten sind eine unklappbare Kombi. Na klar. Lass euch diesen Durchgang nach Crystal zurückkehren, sobald du bereit bist, mit der Suche weiterzumachen. Ja, das bin ich. Ah, wie geht's? Denn ich glaube, wir haben hier alles, was wir wollten, brauchten. Ich weiß jetzt nur nicht ganz genau, was jetzt damit ist. Also. Weiß ich echt nicht. Ach, hier fehlt noch der... Ach, warte mal. Ist das nicht der, der da oben hängt? Also. Nee. Oder? Nee, das sieht... Sieht so aus. Ach, jetzt sieht so aus. Das probieren wir mal, uns zu schnappen, würde ich sagen. Kann ich mich hier verstecken, in dieser Wolke? Ja, okay. Okay, das ist witzig. Okay. Hm-hm. 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 Also das ist nicht der Ring, also nicht der, hm. Wo kriegen wir den her? War ich irgendwo noch nicht und habe irgendwas übersehen? Was ist denn der Schlüssel, da waren wir? Da war wieder dieses Leuchten da hinten. Guck mir mal an. Oh, warte, hier unten kommen wir nochmal rein, wegen diesem, äh, hier Blasengedöns. Warte, ist das Ding da drin? Genau, das haben wir. Ah, Gugan. Gut. Das war heiß. Ich dachte, das war nur ne Neonröhre. Wow. Oh. Oh-oh. Oh-oh. Oh. Hmm. Oh, oh. Das ist fucking up. so sind drei dinger ja gut verstehe ich können wir dahin ok war er übelt sich glaube ich gerade wenn wir hier nicht also ihr wisst schon jetzt weiß ich ach so das hat sich geöffnet hier muss ich aber noch mal ganz kurz gucken wie ich da oben reinkomme da gibt das dinge und das geht ne wir haben das das ist ist das ist Hm. Hab ich hier was übersehen? Eigentlich nicht. Hm. Warum? Wie kann ich dahinter? Kannst du nicht... Kannst du nicht drücken? Merkwürdig. Das muss ich mir nochmal genauer angucken dann. Aber ich glaube wir können... Ach dann so weit in das nächste... Das nächste Level. Jetzt muss ich nur nochmal kurz schauen. Wo denn? Ach da. Wie wunderschön. Oh. Geht gleich weiter hier. Bravo, meine Dane. Du bist wieder patschnass. Na natürlich. Aber hey. Ne? Schere ist da und so. Einen Teesieb brauchen wir. Eine Lebelle. Wir müssen durch den Transidor gehen, um nach Ambrose zu kommen. Okay. Einen Ambrose. Wer kennt ihn nicht? Nice. Dann fehlen uns noch drei. Ne, zwei. Zwei Bauteile noch, um das letzte Halt zusammen zu basteln. Und dann ist wahrscheinlich das Finale würde ich sagen, oder? Interessant. Machen wir auf jeden Fall. Aber erst in der nächsten Folge. Machen Sie es gut. Und bis dann. Tschüss, Sikowski.